Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zur Hitze. Ja, da kommt er wieder früh. Tja, habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe ein paar schöne Filme. Wie findest du die? Platz Nummer 3, Kühl Bill. Platz Nummer 2, Der heiße Hai. Und auf Platz Nummer 1 für mich immer noch Schweiß Age. Extrem stark. Aber dann hätte ich auch noch einen Film. Wie wäre es mit Deo gegen den Rest der Welt? Auch gut, Boris. Oder aber wir machen es so, Dirk. Sogar in meiner Wohnung ist es extrem heiß. Ich frage mich deshalb die ganze Zeit, für was zahle ich eigentlich Kaltmiete? Sehr schön. Ja, aber jetzt habe ich ihn wirklich. Wer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, dem macht Hitze gar nichts aus. Das schweißt doch schließlich zusammen. Ja, 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 ja. Also, Axel, Schweiß. Richtig gut. Komm, hochschicken, Schluss mit lustig. Genau. Pendlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.